Es ist schwierig für die Schweizer, kontrolliert nach vorne zu spielen. Jetzt vielleicht mit Kasami. Tor! Das erste Tor für die Schweiz ist perfekt. Es ist Kasami, der dieses Tor schießt. Was für ein Beginn für die Schweizer Mannschaft. Da kann sie, so sage ich, das Mittelfeld nicht richtig kontrollieren. Hat etwas Mühe, da schnappt sich Kasami den Ball und haut den aus 17, 18 Meter ins Tor. Noch einmal. Der Ball in die Spitze, der fehlert bei den Südkoreanern. Und dann Kasami, der nicht lange fackelt und hat 18 Metern. Kim keine Chance lässt. 1 zu 0 für die Schweiz. Er springt im richtigen Moment auf, der Ball. Tor für die Schweiz in der siebten Minute.